UNTERTITELUNG Wie heißen Sie? Kenneth Kitsum. Woher kommen Sie? Aus Reno. Verpflichten Sie sich dem Programm voll und ganz? Ja, Sir. Die rechte Hand bitte. Das ist gut verheilt. Verspüren Sie ein Taubheitsgefühl? Nein. Es gibt nichts, was Sie für dieses Land nicht tun würden. Sie haben die Kraft zu tun, was nötig ist. Willkommen im Programm. Jason Bourne war nur die Spitze des Eisbergs. Verflucht, wer ist er? Er ist das perfekte Resultat. Er ist Treadstone ohne Komplikationen. Eine solche Bewertung gab es bisher noch nie. Verflucht. Ein Hund. Es hat sich nicht verbeiget. Verflucht ist der Geist. Amber Inferne.